Ich bin drinnen, vorwärts! Ich bin drinnen, vorwärts! Ich bin drinnen, vorwärts! Ein Netzwerk aus Flugzeugen, Zügen und Trucks, die bis zu 30 Tonnen Pulver über die Grenze bringen. Das Netzwerk geht auf einen Amerikaner namens Boston Reed zurück. Reed ist seit Jahren Buschpilot für Nidia Flores und El Boquita und hat sich irgendwann Business Management hochgearbeitet. Wie schnacken wir Reed? Das wird heikel. Reed ist verdammt vorsichtig. Die Meisterzeit bleibt der Entdeckung und arbeitet über Mittelsmänner. Sein psychologisches Profil beschreibt ihn als Paranoid. Aber da steckt sicher mehr dahinter. Wie jetzt? Sonderbare Geldüberweisungen. Nachrichtenverkehr mit Unbekannten jenseits der Grenze. Flüge, die nicht zu den Kartelllieferungen passen. Reed befördert mehr als nur Pulver und will nicht, dass von ihr davon weiß. Wir erhalten seit einiger Zeit Berichte über Kartellaktivitäten am Zugfriedhof. Versuchen Sie etwas herauszufinden. Wir haben von Kartellaktivitäten am Zugfriedhof erfahren. Versuchen Sie da mal was herauszufinden. Moment, ich habe gerade Boston Reed CIA Profilvideo hochgeladen. Das sollte bei der Jagd hier in Kwani helfen. Auch wenn Mama und Papa Reed den kleinen Boyer mit Apfelmus und den Red Sox aufgezogen haben, hat Boyer Boston Reed seit dem Abschluss der Highschool alles getan, um das saubere Image seiner Jugend abzulegen. Auf der Suche nach Abenteuern verließ er seine Heimatstadt Lexington und wurde Buschpilot in Südamerika. Seine Krankenakte erzählte Geschichte von Gonorrhoe, Hepatitis C und Herpes. Als Pilot war er ein paar Jahre tatsächlich clean, aber eines schönen Tages traf er auf El Bukita. Praktisch über Nacht flog Reed Santa Blancas Cooks nach Georgia, Florida und in die Carolinas. Mit dem Drogenschmuggel kam das Geld und Reed gibt es gern aus. Er ist dicke mit Bukita, der ihm aufgrund seines Akzents den Spitznamen Boston verpasste. Aber Achtung, Reed spielt mit harten Bandagen, er ist recht im Job. Außerhalb von Quani koordiniert er nun Santa Blancas gesamten Luftschmuggel. Er nutzt immer andere Pisten und seine eigenen Leute wissen oft nicht, wo sie gerade sind. Bei der Arbeit kann man Boston Reed unmöglich aufspüren. Aber sie werden ihn finden. Bei der Arbeit kann man bei der Arbeit kann man Wie war es so? Können Sie mir einen Tipp zum Kartell geben? Gracias. Viel Glück. Nähen uns dem Zugfriedhof. Sterben da etwa alte Züge? Als die Minen ausgebeutet waren, haben die Firmen ihre Züge hier zurückgelassen. Bleibt in Deckung. Wir wollen kein großes Aufsehen erregen, bis wir was finden. Warte. Zeichen von Kartellaktivität voraus. Bowman hatte offenbar recht. Wie lautet der Plan was? Wir suchen das Oberarschloch und sehen, was er uns sagt. Ich sehe einen Santa Blanca, Leutnant. Sieht aus wie der Mann, den wir suchen. Ab ihn. Denk dran, wir brauchen ihn lebend. Wenn das Touristen sind, fress ich einen Besen. Glaubst du, Reed hat damit zu tun? Das lässt sich rausfinden. Was wird aus den Guten? Wenn möglich befreien, aber sie haben keine Priorität, klar? Klar. Klar. Den Schuss bochtet. Feuer. Ich habe die Rebellen gebeten, uns zu helfen. Dann loslegen. Ruhig, Kami. Immer mit der Ruhe, ja? Klamate, Poes. Wir können darüber reden. Wir können verhandeln, okay? Sie und ich. Du willst ihn dir? Alles klar. Gib mir Reed und ich blase dir nicht das Hirn weg. Aguante, aguante. Ich weiß nicht, wo er ist. Reed macht alles über Mittelswelle. Was ist mit diesen Lo... Warum hat das so lange gedauert? Es geht, Merindo. Busses, cabrón. Puta madre. Ich gehe mir nicht. Aufwarten. Bist noch? Passt, passt, passt. Bist! Wir müssen weitermachen. Aguante, aguante. Ich weiß nicht, wo er ist. Reed macht alles über Mittelswelle. Was ist mit diesen Leuten? Wo kommen die her? Reed holt sie aus fünf oder sechs Dörfern. Orte, an denen Leute verschwinden, ohne dass jemand Fragen stellt. Und das Kartell? Und das Kartell? Und das Kartell? Ich gebe mich. Listo? Okay, wir haben die Arme. Danke. Liste! Entreibe ich die Arme. Gott verdammt. Da wird Verstärkung für die Hand. Da wird die Hand. Der Wiener Rundfunk Drei für Tango, son. Drei für Tango, son. Ich ergebe mich. Listo? Machen wir weiter. Reed, holt sie aus fünf oder sechs Dörfern. Ort, an denen die Leute... Zurück an die Arbeit. Reed, holt sie aus fünf oder sechs Dörfern. Ort, an denen die Leute verschwinden, ohne dass jemand Fragen stellt. Und das Kartell? Sind die beteiligt? No, no. Wir behalten alles für uns. Svenja würde jeden von uns zur El Pozolero schicken, wenn er das wüsste. Ich will eine Liste dieser Dörfer. Sofort. Danke, he's. Okay? Ja, meinetwegen. Aber die haben sie nicht von mir. Beklaro. Bowman, Sie hatten Recht mit Reed. Dieses Arschloch betreibt Menschenhandel direkt vor Svenjus Nase. Hervorragend. Damit haben wir Reed endlich bei den Eiern. Bleiben Sie an der Sache dran, Nomad. Bin gespannt, was Sie finden. Was ist mit dem Netz für Kokainschmuggel? Gehen Sie dem ruhig auch nach. Reed ist an beiden beteiligt. Mit etwas Klöpfen. Schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Verstanden. Norm mit Ende. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Amen. 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 Passt gut zu meinen Stiefeln. Ich mach das. Ich fliege. Die Fahrt kann losgehen. Nichts, die einfach zu spcrew. Ich meine Laupen, sie jeden Abend einen. Es macht Druck oder seine Diez? Wenn Sie zu sehr,것도 setzen. Anordentlich Ein anderer der Zeit. Wir machen ihre Karte auf. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Wir sind hier fertig. Die Rebellen können ihren Namen...